Jo Leute und herzlich willkommen zu noch einem Pack-Opening und ja heute mache ich zwei Pack-Opening denn so so, das macht so so süchtig ich will einfach Packs öffnen und gute Spieler ziehen. So wir fangen mit dem ersten Pack an mit Lionel Messi und der gibt uns Niazavic und Vanayama 888 Physiker, Scheiße den wollte ich gar nicht drauf sitzen, aber egal jetzt habe ich es getan Next set wieder mal mit Messi mit der Nase und was haben wir diesmal drin und wir haben drinnen oh, Chamberlain Ackflay Chamberlain 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 Ah, Chamberlain für nichts wert so komm schon nächstes Set und was wen wollen wir denn drauf haben wir wollen, oh nein Mist so, wir wollen einen einen Mix nämlich Hazard und Messi komm schon Hazard und Messi ey, was kommen die denn noch einmal mal Ja komm, mir ist jetzt auch egal aber es war Howard und Hazard ha ha so, und Hazard bringt und zsch Jego Jego Jego, 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 Jego hält nicht mehr wert ich glaube, der war auch nie was wert so, komm, komm, schon wollen wir hier noch Info, oder so, irgendwas schnickiges Ziel so, wir stehen auch drin und somit schließen die Augen so so und wir drehen uns um und wir sehen in die Heeren ah wie sie ist nicht so das war so, nächstes Set mit Junel Messi und wir schließen einfach nur so die Augen und öffnen sie und sehen gar nichts so, komm schon ich muss aber Jego in diesem Päck okay, noch was ziehen kann doch nicht sein so, Hazard so, ich geh mal wieder hin bis gleich so, da hat immer gar nichts drin Benelio dann nur oh der ist was wert der so was wert 55 oder ja 500 so so komm schon Hasard und Alaba so wissen wie wir das jetzt machen wenn man das so und jetzt so und jetzt und jetzt und jetzt Mainz an die Füße schon sicher die da jetzt kann ich mir zu und 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 jetzt kommt mit dem ist einfach um und stehen auf oder besser gesagt stehen auf und drehen uns um und was haben wir drin wir drehen uns um gar nichts haben wir drin na was ich liebe den Kerl so jetzt ich weiß es du gehst mir jetzt einen guten Spieler ja ähm habe ich mich wohl getäuscht so komm schon komm schon komm schon Antoine Griezmann wir drehen uns um ne wir bleiben jetzt einfach mal normal so und haben die die Toppatrick ich dachte jetzt schon Stürmer Chelsea um habe ich gedacht das das vier dort war um gleiche von dort war Kostadrin erhatte hätte aber der ist 800 wert was? dazu nur ein 60 Tempo so und dann nochmal Onua kleine Bassnote können wir nochmal für 650 draufstellen so kommt schon drittletzte Set für heute und Howard gibt uns einen guten Spieler bitte 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 Mann Colcocini Mustafi noch Mustafi vielleicht nein so so zweitletztes Set für heute mit der Nase und wir gehen jetzt aus dem Raum aus dem Raum und ich bin das B rock'n und ich habe die Nase hekt ich bin das immer noch mit dem Raum oder ich bin das in der Nase mit dem Raum und ich bin das mit dem Raum und haben das mit dem Raum gebraucht was ist es denn? Kurschule letztes Zeit für heute wir wollen normal ihr jetzt hier und heute Anton Griezmann und Hazard ich mein Abgang. Tschüss Leute sind die Seine sind die Seine ist nicht so präkert ist gar nicht präkert 90% und trotzdem gar nichts wert nicht schaut euch das an er geht für 1.600 und da hinten und hab ich beschwungen Büsse über sie die Jürgen okay wir stellen ihn mal für 600 700 drauf so und den Rest kloppen wir weg und ja das war es dann aber auch schon von diesem Peggy Opening und ja wir sehen uns im nächsten Video bis dann haut rein und ciao so 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 so